Das hier, das ist cool, das ist cool, da muss man einfach nur ausweichen Okay, let's go, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Jetzt wird es so schnell sein, hier im Wasser Boah, bro Was Leute, mein Name ist Danny Willkommen zurück zu einem neuen Video, ich bin wieder DuckLive Und in diesem Spiel geht es darum, dass wir diese kleine Ente hier sind Oder was auch immer wir sind Und wir können sie quasi steuern Wie, wie, achso, okay, ich weiß, wie es geht Okay, auf jeden Fall geht es hier darum, bei dem Spiel Ich habe schon mal eine Folge hochgeladen, dass wir die schnellste Ente Auf der Welt sind, werden, okay Weil, es gibt eine Ente, die ist extrem schnell Wir wollen aber die schnellste werden Die aller schnellste der Welt Deswegen, es gibt hier einige Enten, die stehen hier einfach so rum, wie ihr sehen könnt Da ist eine Ente und da sind zwei andere Enten Und das ist der Shop, da kann man ein paar Sachen holen Zum Beispiel ein Bratpfannkopf, der aber ziemlich teuer ist 350 kostet dieses Ei Also ja, ich muss sagen, die Sachen sind schon ziemlich teuer Deswegen, lass uns mal zum Training gehen Weil wenn wir mit dem Typen hier reden, dann können wir bei ihm trainieren Also, wenn wir bei 3k likes in einer Stunde machen wir mehr DuckLive Also, viel Spaß Und vielleicht sieht das Training sogar anders aus, oder? Ich will das Robembert Was? Part 1 Reactions Use left or right keys to move your duck Okay, wir müssen da so Oh mein Gott Alter, warte mal, warte mal Wie? Weiß ich auch Gott, ich habe keine Ahnung Ah, ich kann springen Okay, das ist brutal, Leute Keine Ahnung, was da vor sich geht Wir müssen aber so trainieren Oh mein Gott Nein Ah, da war Geld Ich bin tot Wie bin ich gestorben? Der Typ hat mich nicht mehr berührt, okay Keine Ahnung Warte mal, geht's weiter Ah, Part 2 Endurance Hold down the spacebar to swim upwards and let go to swim downwards Äh, ich bin tot Okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe Ich sehe dich Ich sehe dich Part 3 Timing Dive as deep as you can into the water Press space and follow the instructions Okay, lass mal sehen Hold down space Äh Was? Alles klar Wir sind, ich glaube, ein bisschen besser geworden vom Level her Aber lass uns weitermachen Und versuchen Ein bisschen mehr zu trainieren Weil das Ding ist Ich glaube nicht, dass ich allzu gut trainiert habe Okay, also wir müssen quasi aufpassen Weil der Alligator steckt seinen Kopf nach Wow Okay, das ist komisch irgendwie, wie ich darüber springe Damn Oh, kann ich auch unter das Wasser vielleicht? Kann ich auch unter das Wasser oder nicht? Okay, weiter geht's Lass mal sehen Oh mein Gott, ich drücke jedes Mal das Falsche Ich hasse mein Leben So und Boom Okay, ich habe es schon wieder falsch gemacht Ich überlasse jetzt so lange, bis ich es drauf habe Also bin ich nicht zufrieden Sonst kann ich die Folge niemals beenden Okay, wenn ich nicht weiß, wie das geht Oh, wir können sogar unter Wasser schwimmen Damn Okay, das ist cool, Leute Wow, schaut jetzt mal an Ziemlich geil, Leute Bam Oh shit, da war sogar ein Ast Okay, das ist brutal Hier kann man Oh, beilig Vorsichtig Nicht von Alligatoren lassen Oh, damn, Leute Jetzt geht's los Bam Okay, perfekt Ja, wir machen einen guten Job auf jeden Fall Also so schwer ist es definitiv nicht Man muss wirklich nur feuchtig sein, ne Man muss sehr, sehr feuchtig sein Was? Was hätte ich da tun sollen? Es war ein Alligator und ein Ast Nein, ich hatte die ganze Zeit Space gedrückt Meine Güte Boah Hold down Space Ah, okay Anscheinend macht man das so Das war schon richtig, denke ich Also hier lernen wir das Schwimmen Ich verstehe Und zwar Schon wieder genau dasselbe Ah, ich verstehe Wenn die zwei Kreise sich treffen Verstehe Jetzt weiß ich, wie das Training geht Okay, ich bin zufrieden Boah Okay, das wird richtig brutal, Leute Was hier vor Damn Okay, man kann auch übertreiben, oder? Man kann auch übertreiben Jetzt wird es richtig schnell, Leute Damn 6.000 7.000 Da wird es richtig schwer 7.000 Ne, das ist kein Witz mehr, Leute Das ist kein Witz mehr Oh mein Gott Okay, ich weiß ja mal aus So schnell, wie es geht Dadurch wird unsere Ente so viel Level bekommen, Leute Das ist unglaublich Ihr glaubt es nicht Alter Okay, man kann auch übertreiben 11.000 11.000 Das geht weiter Easy peasy Lemon squeezy Dieses Training muss man machen Ansonsten Da hätte ich aber nichts machen müssen Ich hätte einfach nur alles so lassen sollen, wie es ist, okay Also einmal Ja, ich verstehe Ah, oh mein Gott Ich verstehe Endlich Oh, gefährlich Ah Das ist ja cool, Leute Wir drücken die Spacebar Damit sie quasi nach unten fliegt Und dann drücken wir nach oben Also wenn wir sie drücken, geht sie nach oben Und wir müssen Es ist so eine Art Wie weiß ich Oh my Judas Wo man dieses Flugzeug ersteuert Ich weiß nicht, wer von euch Oh my Judas schon gespielt hat Aber ich bin ganz gut in diesen Spielen Tatsächlich Oh shit Also ohne mich nicht zu loben Aber Oh mein Okay, ich bin tot So gut bin ich anscheinend doch nicht Wie ich dachte Aber hier ist es sehr interessant Denn Hier kann man Was zum Teufel jetzt passiert Ich glaube, ich hätte Letters dann nicht gedrückt halten sollen Aber Spielt keine Rolle Denn wir werden jetzt einfach Gegen jemanden fahren Okay, gegen den zum Beispiel Oder wisst ihr was Wir holen uns erstmal Essen Lass uns Essen holen Genau, sehr gut Jetzt gehen wir zu dem hier Hast du gelernt, wie man schwimmt? Steht in meinem Schwimmrenn bei Ja, werde ich tun Ich werde mit ihr gehen Dann hoffen wir einfach mal Dass wir irgendwie da durchkommen können Oh shit, Bro Warte mal Die sind schneller als ich Ist ein Scherz, oder? Warte mal Ich glaube, ich bin so schneller als sie Genau Aber sie sind, wenn es um Schwimmen geht Schleller als ich Wow Ne, keine Chance Wenn ich nicht mal gegen den gewinne Dann kann ich Dann brauche ich gar nicht Nach hinten zu gehen Denn hinten ist das Turnier Wir müssen weiter trainieren, Leute Keine Chance Ich trainier erstmal so lange weiter Bis wir eine Chance haben Gegen die zu gewinnen Okay, also wir sehen uns dann in 10 Jahren Zwei Stunden später Wow Das war tief Sehr gut Level 27 Bro Damn Das ist unnormal Plus 4 Okay, nur einmal Training Und dann geht es richtig los, Leute Einmal noch Und dann gehen wir richtig ab, Leute Wir werden jeden einholen Wir werden die stellste Schwimmerin der Welt sein, okay? Weil ich glaube, Level 30 müsste reichen Und das werden wir erreichen 100% 100% 100% Und wir sind Level 32 Okay, das war's Leute, ich habe das Gefühl Je weiter wir vom Level kommen Desto schneller leveln wir auch auf Was eigentlich unlogisch ist Weil normalerweise levelt man am Anfang schneller Und dann zum Schluss langsamer, oder nicht? Aber hier ist es anders Irgendwie Ich habe das Gefühl Je höher wir vom Level kommen Desto schneller leveln wir auch Verdammt merkwürdig, Leute Und quasi in jeder Welt Gibt es verschiedene Übungen Im ersten Teil gab es halt auch andere Übungen Und ja, so die Abwechslung ist auf jeden Fall da Bei dem Spiel Was ich nicht gedacht hätte Ehrlich gesagt Also so macht es wirklich Spaß Die stellste Ende der Welt zu werden Oh mein Okay Da Konnte ich jetzt nichts mehr machen Aber Level 35 Jetzt schon Und das ist ziemlich geil Denn Wir müssen jetzt quasi drücken Wenn Boah Perfekt war das Level 37 Jetzt gehen wir zurück Und jetzt kämpfen wir nochmal Gegen diesen Loser hier Und jetzt Warte mal Sie hat relativ viel Energie, glaube ich Sie kann sehr gut schwimmen Es gibt Fliegen Es gibt Klettern Es gibt Springen Aber das werden wir noch lernen, okay Also wir müssen alle Punkte gut haben Damit wir gewinnen Und ich denke wir können loslegen, oder? Wir sollten loslegen Lass mal sehen, ob wir sie einholen können Diese komischen Gegner kommen schon Oh ja, wir sind sehr schnell Wir sind sehr schnell beim Schwimmen, Leute Was sehr gut ist Schaut es mal an Bam Wir sind nicht nur schneller im Gehen Sondern im Schwimmen Sind wir der absolute Boss, Baby Also das ist quasi die Welt des Schwimms Was ziemlich geil ist, okay Wir haben gewonnen Und deswegen gehen wir einfach zu dem Nächsten Wir haben nämlich noch zwei da vor uns Deswegen Lass uns mal gegen den Rennen starten Ich habe leider auch nur eine Eine Endtremmer Man kann eigentlich mehrere haben Wow Die ist schnell, Bro Dein Ernst? Warte mal Die ist doch bestimmt schneller Als ich beim Schwimmen, ja Sie ist schneller als ich beim Schwimmen Das sollte kein Problem sein Einmal Training Zwei oder zweimal Training Und wir sollten das gewinnen Ein oder zweimal Training Und wir werden das gewinnen, Leute Keine Chance gegen den Was für ein Loser, ey Der kann mich gewinnen Nein, kann er nicht Warte mal 13.000 ist schon eine Menge, oder? Ja, 13.000 ist eine Menge Boah, jetzt wird es aber auch richtig schnell 15.000 noch schneller Noch schneller, Bro Und wir können sogar Gas geben Und wie bin ich Das war komisch Aber Level 46 Ihr seht Ich steige Level auf Und auf einmal Von irgendwas mit Level 31 Zu Level 46 In der ersten Stage So, ich verstehe das nicht Aber anscheinend schon Anscheinend ist das so Verdammt strange, Leute So richtig komisch Oh mein Gott, was tue ich da Was tue ich da Was tue ich da Vorsichtig Also ihr seht Verdammt komisch, was da vor sich geht Aber hier kommen wir sehr gut durch Wir rufen jetzt ein bisschen eng Wir müssen gewinnen Okay, wir müssen gegen diesen Loser gewinnen Aber ich denke, er hat ja keine Chance mehr Ich meine, es kann ja sein, dass er schneller im Gehen ist Aber er ist nicht schneller im Schwimmen als wir Okay Damn Level 48 Leute, schaut jetzt mal an Und wir drücken Und jetzt, pass auf Wir drücken jetzt sobald Ja, es war okay War nicht allzu gut Aber es war okay Und wir sind Level 50 Du, du Loser Okay, lass mal sehen Ich nehm Roberta Komm schon, Roberta Bitte Einziger 1 Der Typ ist zwar gut Wow Warte mal Wieso bin ich jetzt schneller im Laufen? Hä? Damn Alter, könnt ihr euch an das letzte Mal erinnern, Leute? Dieser Typ ist K.O. K.O. Bro, okay Gut, dann lass mal jetzt Es gibt nämlich noch einen Gegner hier Gegen den Blauen kämpfen The greatest swimmer in the swamp There to challenge me Er ist der beste Schwimmer in dem Swamp hier, okay? Von den drei Leuten ist er der beste Lass mal sehen, ob er wirklich so gut ist, wie er sagt Könnte sein Und, ist er der beste? Wow So viel zu tun, du bist der Beste Man sieht schon am Anfang, ob man quasi gegen ihn gewinnt oder nicht Und wir gewinnen 100% gegen ihn, also keine Chance Er ist halt gut im Springen, aber er ist ja der beste Schwimmer, okay? Und ist der beste Läufer Und wir haben es geschafft, Leute Bedeutet Ich hol mir mal ein bisschen Energie Warte mal, wir haben ziemlich viel Geld, ne? Wow, wir haben ziemlich viel Geld Ich werde aber so sparen, okay? Und jetzt gehen wir zum Turnier und packen Sie dreimal hier hin Lass mal sehen, ob wir es hinbekommen können, Leute Continue Team Roberta, let's go Komm schon, Roberta Let's go, baby, let's go Oh, Roberta ist so langsam, ne, oder? Warte mal, vielleicht ist sie ja schnell im Schwimmen, oder? Ja, im Schwimmen ist sie schneller Aber im Laufen nicht Wir müssen ihr Lauftraining verbessern Wow Ja, ihr Lauftraining muss verbessert werden Ich bin vierter, weil mein Laufen nicht gut ist Kann ich nochmal zurück? Ja Wir gehen nochmal zu Grassland und werden hier Das trainieren, was wir beim ersten Mal gemacht haben, okay? Weil wir müssen auf jeden Fall unsere Schnelligkeit verbessern Ansonsten können wir niemals gewinnen, Leute Niemals im Leben Das ist halt das Ding, zum Schluss wird es eine Kombination aus allem sein, okay? Also, ähm, ich glaube, ich werde das Spiel sogar in fünf Parts unterteilen Also quasi für jede Welt ein Parts Auch wenn es viel klingt, aber, äh, ja, es macht Sinn Deswegen, es gibt ja fünf Welten Level 36, reicht das gut? Ich glaube nicht, Leute Wir sollten weitermachen Ah, oh, das hier, das ist cool Das ist cool Da muss man einfach nur ausweichen Level 44, reicht das? Das ist die Frage Ich denke, wir sollten es probieren, Leute Ich meine, wenn das nicht reicht, habe ich keine Ahnung, okay? Okay, na los, komm schon Du kannst es schaffen Ich habe leider, wie gesagt, nur eine Ente, mit der ich schaffen kann Aber es kann keine zwei besten Enten der Welt geben, okay? Komm schon, bitte Lauf, lauf, lauf! Ah, verdammt! Warte mal, wir sind schneller im, im Dings da, im Schwimmen, oder? Wir holen im Schwimmen auf Aber, es wird nicht reichen, weil es nur das Erste Und, wir haben zwar gewonnen, es geht aber weiter Und gegen die Neuen gewinnen wir wahrscheinlich nicht Also, ja, wir müssen schneller sein, Leute Boah, wir sind hier immer noch schneller im Schwimmen, okay Ich sehe dich, das ist gut Schneller im Schwimmen zu sein, ist ja auch sehr schön Erster schon wieder Weiter, mal können wir es schaffen Ich glaube, zwar ein wenig, aber vielleicht ja schon Ah, hier sind die deutlich schneller Damn Also, vom Laufen her geht's Aber, Problem ist halt, wie gesagt, das Schwimmen Ja Aber, wir müssen alles einfach trainieren Wir müssen wirklich alles trainieren, Leute, alles Damn, 26.000, Leute Alter, wenn ich jetzt nicht so ultra, mega viel Level bekommen Habe ich keine Ahnung 28.000? Wow! Oh mein Gott, 30.000, komm schon Damn, 30.000, wow Das war das letzte Mal Schwimmen in meinem Leben, wirklich Ich bin ab jetzt die öffentlich die beste Schwimmerin ever, okay? In meinem Leben, wirklich Ich will ja nichts sagen, aber 40.000 40.000, bro Okay, das ist nicht so normal, Leute Okay, jetzt bin ich tot 44.000 Level 77 Habt ihr das gesehen, Leute? Von Level 50 bis Level 77 Bro, jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren Ich meine, ja, mein Laufen ist nicht so gut, aber Bei dem, wirklich, wenn es bis Level 100 noch geht Wer ist bis Level 100? Okay, kaum einer bestimmt Wir werden so die Besten sein in der Welt Unglaublich Okay, Leute, Level 80 Lass uns reingehen und jeden töten Lass uns wortwörtlich jeden töten, okay? Mit Roberta Lass uns jeden amoren Okay, kannst du bitte reingehen? Okay, Leute, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Oh Du kannst es hier bekommen, B, B, B Jetzt wird es so schnell sein, hier Wasser Oh, Bro, keine Chance Nein, im Laufen ist hier halt nicht so schnell, ne Aber ich mag halt die Laufübungen nicht, okay Beim Schwimmen gibt es halt so richtig geile Übungen Die sind auch einfach und da kann man richtig leicht Level bekommen Beim Laufen ist es nicht so Das wäre das ein bisschen problematisch, aber Mal schauen, hier Wasser, Wasser, ja Beim Wasser bekommen wir die meisten Die meisten Vorsprung, das ist das Ding, ne Deswegen, okay, wir sind jetzt zweimal erster Hier ist jemand ganz, ganz schnell, aber das kann uns ja egal sein Weil, Bro Gibt es hier mehr Wasser, bitte Hier gibt es mehr Wasser, komm schon, komm schon Ja, das Wasser, das Wasser Solange da Wasser ist, ist alles gut, Leute Erster, yes, Baby, sehr gut, wir haben es geschafft Uh, wir sind irgendwo anders Hier wird wahrscheinlich geflogen oder so, oder Das gibt es im Shop, oh cool, das sieht geil aus, ne Hier gibt es sogar mehr Eier 400 kostet dieses Ei Ich kaufe mal Und wir nennen ihn Donalds Das ist richtig, keine Ahnung Wir haben jetzt Donalds hier Donald, hi Donald Du hast keine Level, Donalds Du bist so ein Loser, ne Wieso habe ich dich überhaupt gekauft, Alter Keine Ahnung Hier wird geflogen, aber das machen wir im nächsten Video, Leute Also für mehr davon, lasst einen Daumen nach oben da Falls du es ein bisschen geschafft hast, schreibe Schwimmen in die Kommentare Und ich sehe dich nämlich wieder, bye Danke für deine Schauen des Videos Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an Und dann wirst du gleich hingeleitet Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren Für täglichen Videocontents Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken Damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt Aber danke für's deine Schauen Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao, ciao